Musik Herzlich willkommen bei Leine ab und leben. Auch mit zwei Hunden könnt ihr den Spaziergang auf interessante Art und Weise gestalten. Wir hatten nämlich eine Ferienhündin, die Phoebe. Und meine Hündin und Phoebe passen wirklich sehr gut zusammen. Im Wald gab es einen Fitness-Parcours, den haben wir natürlich gleich mal genutzt. Es werden noch mehrere Videos folgen unter dem Playlist-Namen Koiki & Friends, also Koiki & Freunde, damit ihr mal seht, dass es nicht nur mit einem kleinen Hund möglich ist, all diese Übungen zu machen, sondern dass es keine Rolle spielt, welche Hunderasse und welche Grösse, ob gross oder kleiner Hund. So, nun wünsche ich euch viel Spass mit diesem Video und bis auf ein nächstes Mal. Tschüss! Musik 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018